hey leute was geht willkommen zu einem video wir spielen heute wieder rocket league wir spielen rumble mit dabei ist der liebe eisman und random mit dem hässlichsten auto richtig wie du die rocket-league-polizei ist an bord das wird lustig kaum staatlich obs habe habe ich im rocket league nur 50 fps ja läuft ja nicht schlechter schuss ich habe kein boost ich habe kein boost kommt das erste mal rumble attack ich habe mich gerade gewundert ja was hast du dich gewundert warum plötzlich der ball eingetriegt ist das war ich ich habe mich gerade für einen nicht mehr nein nein das war Das war der richtige Moment für die Fist. Ja, das war's. Dann sind wir direkt zu Nardormonarkolben. Du musst noch sieben Leute zerstören. Ja. Brauch den Erfolg auch noch mal. Bam, Digga, hast du gesehen, Digga? Ich hab richtig den Enterhagen ausgefahren, weißt du, und dann... Weißt du, Schott. Brauch den Ball, ich hab Verstacheln. Ja, dann hol dir den Ball. Oh, fuck, Digga. Natürlich krieg ich den Ball nicht, Digga. Wenn ich Stacheln hab, krieg ich den Ball jetzt automatisch nicht. Das ist echt so, weißt du? Komm, hab ich Stacheln, Digga, ist alles vorbei. Keine Sorge, ich hatte Stacheln und ich hab den Ball bekommen. Ja, schön für dich. Lol. Ich. Ah, okay, cool. Von dir. Von mir? Okay, ich kann dich gar nicht zerstören. Doch, doch, du hast den Gegner zerstört und während er sich gerade weggebeamt hat gegen mich. Ah, lol. Entspannt. Was immer da gerade passiert ist. Ja, ich hab gerade teleportiert auf jeden Fall. Ja, und ich fahr plötzlich down. Okay. Hast du gesehen? Ich hab ihn richtig weggeklatscht, ne? Mit dem... Da, Digga. Hast du gesehen? Krasse Sache. Abheben kam ich nicht klar aufgrund des Balls. Ja, Mann. Der weiße Dracos. Auf welchen Fall gibts denn die alle? Ganz vielen Farben, keine Ahnung, oder falsch? Also, ich hab ja diese Kesseldinger, weißt du? Die hab ich ja in zwei Farben. Aber grün und einmal lila. Nice. GZ. Da hab ich ja nicht gerechnet. Ganz follow-up, Alter. Ja, aber... Na, es macht jeder erst allein, ne? Super gar nicht. Unser Mate macht doch hier mit. Unser Mate macht doch hier mit. Ja, echt aber nicht. Ja, das ist normal. Oh, fuck. Das war schlecht. Ja, das war's wirklich. Ah, ich hab ihn nicht mehr rausgekriegt. Oh, die Batmans. Ich hab ihn nicht mehr rausbekommen, Lando. Pack it. Ich weiß noch nicht, was das war von euch beiden, aber das war scheiße. Von uns beiden. Weil du und er eigentlich hinten hättet sein müssen. Ja, wir waren hinten, aber der war so schnell rum, ich konnte gar nicht hin ohne Pust. So schnell. Tim, ich hab ja vergessen, du fährst ja immer. Richtig. Eigentlich nicht, aber... Oh, da krieg ich. Motherfucking boost, yo. Wird doppelt weggeklatscht, Alter. Yep. Echt jetzt? Ich hatte grad meinen Boxhandschuhe, Alter. Ich wollte den grad einsetzen. Bist du gleich wieder. Nee. Krieg ich nicht wieder. Oh, Leute, stimmt ja. Ich hab das alles bekommen. Das ich grad eingesetzt habe. Das war ziemlich unnötig eingesetzt. Was hast du diese Harpuno gesehen? Das ist ja unsagbar geile Harpuno. Ich wurde weggeklatscht, Alter. Okay. Das ist jetzt nicht scheiße. Oh Mann, Lenu. Wo warst du denn? Ja, ich wurde weggeklatscht. Mit nem Schuh. So. Also, ich... Also, ich... 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 Ich bin dann irgendwo da hinterher gekommen, aber... Ich muss dann mal von der Wand weg. Lass mich mal irgendwie beim Booster. Dankeschön. Der muss sich grad so ärgern. Warum? Weil er eingefunden ist? Nein, weil er die Stacheln hat. Und erst hab ich ihm den von dem Dixos weggenommen. Der Nächste. Äh, wir haben verloren. Ach, echt, Karin? Ach, echt, Karin? Ne, wir haben verloren. Nein, Karin. Doch. Nein. Doch, doch. Weil du wieder nichts gerissen hast, ey. Spaß. Ich bin krass. Mach dich krass.de. Nur 300 Euro im Monat. Hast du eigentlich vor dein letztes Video MMOGA Werbung geschnitten? Was? Ja. Musst du das jetzt machen, oder was? Muss ich nicht, nein. Wieso? Wieso? Ne, nur für den Link, weißt du von mir, weißt du? Da kann man mich ja unterstützen, wenn man dann über den Link kauft, ne? Also wenn man auf den Link raufklickt, dann wird ein Cookie gespeichert für 30 Tage. Wenn man sich dann in den 30 Tagen was über ein MMOGA kauft, bekomme ich halt 10% Provision davon ab. Ja, was? Das kostet kein mehr Geld, oder sowas. Ja, was? Das ist dann einfach nur zur Unterstützung von mir. Ist das dein Ernst, Karin? Ja, wieso? Ich weiß gar nicht mehr, was du wolltest jetzt. Was meinst du mit meinem Ernst? Warum klaust du meinen Boost? Da steht da dein Name drauf. Ja, genau. Ich hab wieder den Forst Gottes, ne? Ja. Ja, ich muss das mit dem Ball treffen. Äh, das ist nicht so einfach, weißt du doch. Ey, ich hasse diese Map. Nenn mir diesen scheiß Kanten, Alter. Irgendwenn ich auch teleportiert, Digga. Scheiß auf Gott, Forst Gottes, Alter. Kann ich eh nicht einsetzen. Setz sie einfach ein. Hab ich doch schon lange. Ich hab das schon nix verbraucht und hab damit nix bewirkt. Okay, Sam. Oh, meine Vorlage. Ich weiß zwar nicht, wo das meine Vorlage war, aber... Na gut. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Lol. Lol. What the fuck? Ja gut, äh... Die Polizei muss das mal wieder regeln. Scheint wohl so, ja. Okay. Oben und... Haut den nach unten. Ja, geht rein. Na ja. Sehr schön, dass du die Spikes noch eingesetzt musst. Ja. War wunderschön. Ja, ich dachte ich komm da vielleicht irgendwie noch ran, aber... Die war nicht so. Die Behauptung hat sich nicht bewahrheitet. Das ist ein Witz, Alter. Werden den da eingefroren. Ich weiß es nicht. Okay, ich war es. Tut mir leid. Dein Ernst? Ja. Oh, Gary. Ja, ich... 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 Ich dachte ich könnte dann reinfliegen, weißt du? Und den dann rein klatschen, weißt du? Oh fuck, das war zu passieren. So skillshot mäßig, weißt du? Weil ich ja so viel skill habe, weißt du doch. Du musst einfach mal anfangen zu fliegen. Ja, also tue ich doch gerade die ganze Zeit. Ich versuch's jedenfalls. Och mann, dieser Wichser mit seinem scheiß Saugnapf. Guck dir diesen Untermensch an. Richtiger Untermensch. Wow. Mit seinem scheiß Pimpel. Wir fliegen natürlich wieder nach Kambodscha, Alter ey. Nach Kambodscha. Look, look, looky. Oh ja. Looky, looky. Ich hasse diese Map, ne? Ohne Spaß, diese scheiß Kanten da. Ja. Ich komm auf der Hornig klar, aber... Sagt der Ball in der Mitte, das ist eigentlich... Ja, solange der da ist, richtig. Ja, solange er da ist. Aber sobald er über die Kammel drüber muss, bist du einfach gefickt einfach, weißt du? Du bist einfach kreuz... Egal. Ich weiß schon was. Kreuzweise gefickt worden. Ja, genau. Papa, ich bin gerade vorbei. Alle, hopp. Oh ja, f*** dich doch. Ich bin eingefroren, hat ja gar nicht. Das war nicht mein Buchsanschuh, Lennu. Oh nein. Sauber, Kari. Danke. Nee, vom Durchsatz schön rausgold hast. Ja, ich weiß, hab ich gut gemacht, ne? Ja, Bombe, Bombe. Also ich muss sagen, es gibt ein paar Abzüge in der B-Note, weil... Weil... Weil falsches Tor, meinst du? Ja. Alter, kann der mich mal in Ruhe lassen? Er spasst hier, Alter. Kari, hast du gerade den Saugknopf schon wieder eingesetzt? Ja, wieso? Der wär reingegangen. Ich hab ihn aus dem Tor rausgeholt von uns. Ich hab ihn noch aus dem Saugknopf schon. Ach, du hattest ihn auch schon dran. Ich dachte, das war ein Gegner. Ja, deswegen kam der Ball ja auch aus dem Tor rausgeflogen und nicht ins Tor. Nein. Ja, sorry. Ja, er spraut mich an die Decke, denn er spasst, Alter. Ja, genau, Digga. Guck dir das an, Digga. Ich wollte einfach weggespawnen und bin oben an der Decke gelandet, weißt du? Und falle einfach runter, siehst du das? Richtig behindert, Alter. Ja. Wie geil. Hat er schön gemacht, hat er schön gemacht. Ja, Spawn wie Eiskalt, Alter. Ja, man, er setzt mich an die Decke und ich kann... Oh, Kari! Ich wollte dich nur ein bisschen nach vorne bussen, damit du schnell nach vorne kommst. Dankeschön. Nein. Du hast doch X auf deinen X-Works-Controller, oder? Ja, damit kannst du driften, ich weiß. Ja, damit kannst du dich kontrollieren. Gut. Was kontrollieren? Damit kannst du in der Luft... Was kann ich in der Luft? Ja, obwohl du dich drehst, Junge! Echt denn? Kontrollieren, ja! Ich dachte, damit kann man nur auf den Boden driften. Nein. Man kann's schon... Kontrollieren. Ah, cool. Voll live. Ah, ist ja echt so. Wow. Mein Boxernschuh des Trudels, hast du gesehen? Bratan. Und... Booyah! Booyah! Er geht. War sowas von nicht. War das dein Ding schon wieder? Nein. Ich hatte Zunado. Ah, wer ist denn so scheiß... Dreckspömpel war das, ne? Meiner war's nicht. Äh, so viel Pech kann man doch nicht haben in diesem Spiel. Anschein schon. Oh, wir sind so gut gewesen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Danke fürs Zuschauen. Äh, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Schauen wir uns mal, ja? und, und wir gehen. Oh, oh, oh. Und, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, dann mal kurz.